Vielleicht bleibt jemand da und sehr oft treffen wir uns an einem Weg, wo wir wirklich die Entscheidung treffen müssen, welchen Weg wir jetzt nehmen werden. Der Weg des Menschen, ich habe einmal eine kurze Predigt gemacht und heute würde ich gerne über das Thema sprechen, um auch mein Leben zu schauen, denke ich, dass es auch heute aktuell ist. Der Weg, in welchem wir uns gerade befinden, und ich würde gerne, dass wir heute zusammen anschauen und eine Geschichte uns anschauen, einige Parallelen und einige Prinzipien uns anschauen. Ich würde gerne die Geschichte von Jakob nennen. Ich habe gebetet, habe den Herrn gefragt, worüber ich trete. Ich habe dann gehört, ich bin der Gott deines Vaters, Abraham, Isaac und Jakob. Genau Jakob. Und Dima hat auch schon über Jakob erzählt, wenn ich heute schon sage, fang nicht an zu predigen. Auch gerechnet diese Geschichte. Wer von euch, die heute hier sitzen, kennt diese Geschichte nicht? Gibt es jemanden, der diese Geschichte nicht kennt? Jeder kennt diese Geschichte. Jeder kennt diese Geschichte. Jeder kennt diese Geschichte. Jeder kennt diese Geschichte. Jugend. Jeder kennt. Jeder kennt. Jeder kennt. Ich würde euch gerne fragen heute. Otervитесь aus Telefona, bitte. Nehmt bitte eure Handy zur Seite. Ich würde euch gerne fragen, würdet ihr euch gerne diese Stimme hören, wo der Herr sagt, ich bin der Gott. Deines Vaters. Wer würde gerne von euch diese Stimme hören, ich bin der Gott deines Vaters. Einige von uns können sich das gar nicht vorstellen. Einige von uns können sich das gar nicht vorstellen. Und von einigen von uns sind die Eltern auch ungläubig. Und einige Väter sind vielleicht auch gar nicht wie ein Vorbild. Und auch wir selber als Eltern sind manchmal gar kein Vorbild. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige sagen, nein, auf gar keinen Fall. Die Assoziation mit dem Vater ist vielleicht negativ. Und darüber würde ich gerne heute sprechen. Über Jakob. Über Jakob. So lange ich in der Gemeinde bin. Ich weiß vielleicht jemand oder kann sich noch jemand daran erinnern, ob jemand hier jemand Jakob genannt hat. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Und wo ist Alex Bergson? Ich sehe ihn nicht. Das bestimmt mit den Kindern zu machen. Und Anna? Sie sind nicht da. Dann werde ich Oma und Opa fragen. Warum haben sie ihn Levi genannt? Den Jungen. Ne? Wüsst ihr nicht? Lesha, alle warten auf dich? Nein, alle warten auf dich. Haben wir ihn nicht da? Nein, es nicht da sind. Nein, aber vielleicht kommen sie nachher. Manchmal benennen wir unsere Kinder nach den Händen unserer Bibel. Sergej, wer ist dein biblischer Held? David. Dima. Dima und deiner? Darissa. Nun, nicht David. Nun, nicht David. Nun, nicht David. Jede Geschichte ist anders gut. Und wer hat die meiste Sympathie für dich? Paulus. Ola. Gideon. Arthur. Isaiah. Isaiah. Wer noch derjenige, die noch nicht genannt worden sind? Daniel. Daniel. Pasha, wer ist das? Eos. Jose. Victor. Victor Anani. Jesus. Jesus. Lешa. Alex. Wotanum. Wieso hast du deinen Sohn Levi genannt? Wir haben uns vorher überlegt, dass wir für alle, also für alle unsere Kinder praktisch eine Geistesgabe nehmen. Oder ein Frustes Geistes. Und deswegen haben wir Noah genannt, das ist Friede. Also, ne, das ist Friede, das ist Friede. Und Levi, ähm, weißt du es ja nicht, ne? Auf jeden Fall haben wir für ihn einen Sinn. Und deswegen haben wir ihn Levi genannt. Weil den Namen schön fangen, natürlich. Okay. Ah, die Geschichte über Levi, wo du, Kalianer Levi? Ich kenne die, aber die hatte nicht so viel Bedeutung, wie die Bedeutung der Gabe eben. Okay. Und so wählen wir auch die Namen für unsere Kinder aus der Bibel aus. So, zum Beispiel, ähm, einige hören dann, oder sie treffen dann eine Familie und sehen alle Kinder, dass die alle biblischen Namen haben. Dann weiß man direkt, okay, die Familie ist gläubig. Und ich würde heute über das Leben von Jakob sprechen. Also, ich würde jetzt persönlich sagen, er ist jetzt nicht so ein großer Held. Und ich würde auch nicht sagen, dass man ihn oftmals als Vorbild darstellt. Und ich würde auch nicht sagen, dass man jetzt unbedingt seine Kinder so nennen muss. Jude will auch sein Kind keiner nennen. Weil die Verbindung mit der Geschichte einfach nicht so gut ist. Gut, dann öffnet einmal 1. Mose, Kapitel 25, Vers 21. Mit der ist heute aufgeblendet? Mit der ist heute aufgeblendet, der Text? Mit der ist heute aufgeblendet, der Text? Weil dann könnten wir vielleicht auch ohne die Übersetzung weitermachen. 1. Mose 25, Vers 21. 1. Mose 26. 2. Mose 28. 1. Mose 27. 1. Mose 28. 1. Mose 27. 1. Mose 27. Er sagt, 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 Im letzten Moment haben die sich wirklich geändert. Und eigentlich müsste erst mal das andere Mädchen zuerst rauskommen. Und ich habe mir dann gedacht, Er sagt, Er sagt, Er sagt, Er hat die Gitarre gespielt. Er hat ihren Kopf auf seinen Kopf auf seinen Kopf auf seine Brust gelegt, wie eine Tochter an den Vater. Er sagt, Er sagt, Und er sagt, 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 Er sagt,